So, und zur Feier des Tages muss ich jetzt nochmal eine Runde richtig spielen. Ich bin jetzt auf einmal gar nicht mehr müde. Keine Ahnung, was jetzt wieder mit mir los ist. Ich war zwischendurch mal müde, aber heute bin ich, jetzt bin ich es gerade wieder gar nicht. Das ist ein bisschen blöd irgendwie. Ich habe diesen bunten Punkt erwischt, glaube ich. Oder ich könnte anders sehen, die Blutdruck-Tablette wirkt nicht so, wie sie wirken soll. Das wäre sehr wünschenswert. So, Zufallsgefecht. Das hier ist jetzt, welche Ansicht? Jetzt müssen wir mal gucken. 100 Prozent, ja. 100 Prozent reicht mir, weil wenn ich jetzt auf 125 gehe, ist mir das doch ein bisschen zu viel. Ich habe es ausprobiert, aber das ist mir zu viel. Der Rest hier ist mir alles zu groß. Das ist mir, nee, ich möchte das eigentlich nur im Spiel, wie gesagt, über den Schiffen haben. Da muss ich, glaube ich, definitiv nochmal in den Mods gucken. Ich möchte einfach nur die Schrift besser lesbar haben über den Schiffen. Das wäre mir wichtig. Aber wir sagen jetzt trotzdem mal zu, Zufallsgefecht. Ich will das Ding jetzt mal richtig ausprobieren. Nachdem ich ja nur Mr. AP bin und gelernt habe, dass man dieses Schiff mit AP spielt. Es tut mir leid, liebe Elbing, dass ich dich immer so missverstanden habe. Es tut mir echt leid. Ich bin auch so voll gefressen von dem ganzen Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt haben wir eine Midway dabei, ja. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so lustig. Jetzt haben wir natürlich auch stärkere Gegner. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben eine Stalingrad. Warte, wir haben eine Josche. Boah, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Aufpasse. So, wo sind die wenigsten da? Die wenigsten. Wir müssen wohl darüber. Und wer bitte hat eine Hannover gewählt? Wer zur Hölle hat eine Hannover gewählt? Aber immerhin haben wir die Malta. Na, ich nehme meine Malta. Fangen wir erstmal zur DC rüber. Vollgas. Da ist eine Gator und eine Shima. Da braucht es keine Hilfe. Hier ist nur eine Shima. Und die Kolle kann sich wunderbar in meinen Nebel stellen. Das kann sie ganz wunderbar. Ja, komm rüber hier. Das habe ich überhaupt nichts gegen, dass du hierher kommst. Überhaupt nichts gegen. Das ist keine Lust mehr, mich anzufliegen. Ach, schade. Irgendwie ist schon ein bisschen schade, dass du gerade Lust mehr hast, mich anzufliegen. Zack. Erledigt. Na? Kommst du doch noch mal zu mir oder bleibst du jetzt da drüben? Nee, du bleibst da drüben. Okay. Colli. Colli, ich kann dir nur anbieten, dich gleich wunderbar zu Dingenzen. Zu supporten. Alter, die Josche hat ja gerade richtig schon mal schön gefressen. Von Hannover wahrscheinlich. Von Hannover? Okay, der hat jetzt eh niemand, der hat hydrokostische Artikelbeer, das wusste ich nicht. Die steht nicht auf meiner Liste irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber die steht einfach nicht auf meiner Liste. Die Colli steht jetzt auch schön mit dem Nebel hier, weil er links, also mache ich die jetzt auf oder wer macht die auf? Oh, wir könnten das verlieren. Oh, ich glaube ich nicht. Was ist das für langsame Torps, verdammt noch mal. Was sind die Yoshino Torps, ne? Das könnte natürlich durchweg sein. Das sind die Yoshitoops. Ah, shit, ey. Ah, okay, unsere Kolbeer kriege ich gerade richtig auf die Nase. Warum auch immer, warum die jetzt offen ist, weiß keiner so genau. Na mal, die Dinger kommen nicht an. Ne, natürlich nicht. Aber das heißt ja, dass... Ja, denn hier sind viele Torps. Das können nur die Dings gewesen sein. Oder die Regio. Hier sitzt ja schon wieder jemand, Torps. Äh, nicht, nicht, nicht. Sehr gut. Sehr gut. Yoshio. Das ist ja eher verunwahrscheinlich, aber... Mist. Wenn mir irgendwie mal die Josche offen hält, aber sobald ich sie nicht mehr sehe, ist sie halt auch nicht mehr offen. Dann machen wir es mal anders, dann gehen wir mal in eine andere Taktik. Wir schauen, dass sie dies nicht früh genug. Mit Changs sieht es nicht viel genau, oder sie fährt auch dann vorbei. Ich habe da eigentlich was anderes vorgehabt. Es ist leider weg. Kann ich weil alle kaputschi sind, außer mir. Danke. Das hast du davon. Scheiße, deckt wieder keiner auf. Jetzt doch. Da. 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 es hilft außer mir auch noch irgendjemand anders war was oder okay der wird sich woanders versteckt haben wirklich auf hinterster linie sieht man den irgendwo auf der karte nicht wirklich wir haben haus hoch verloren sehr gut wir verlieren haus und hoch und das ist das was ich hier an diesem spielmodus eben halt wirklich ärgert ich bin abhängig von den von den anderen idioten weil er halt jetzt alles zusammen ist ja noch nie war mir die kronstadt das schieber und mich stalin gerade noch so dichter an die will ich ja so weit kommt hier die schieber war kurz alter schwede die strahlinger komplett rausgenommen wo die siegern die lade nicht mehr ran und sie nicht mehr schaffen aber hallo das ist nichts erreicht da ist jetzt auch wenn ich so weit schieße sie nicht der flutverträger wäre am liebsten da kommt ein ruf recht scheiße ab zur fritteuse die für diese so viel sprach will ich echt am besten und es ist echt auffällig wahrscheinlich gar nicht erst losgefahren ich kann es nicht erinnern es ist was soll ich dazu jetzt sagen muss man einfach verteilen wie es einkommen aber es wird mir definitiv in zukunft weiterhin eine freude sein dieses schiff zu spielen ich danke noch mal dem lieben 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 zuschauer der gesagt hat hey spiel sie doch mal anders danke ich spiel sie anders schau